Musik Heute verschicken wir ein Paket an die Daheimgebliebenen. Musik Ihr habt die Möglichkeit einmal eine leckere Backmischung und den Honig der Flughafenbienen zu verschicken. Musik Musik Ich bringe sogar heute noch mit meinen Weihnachtswichteln eins von diesen Paketen zu den Daheimgebliebenen. Musik Ja gerne. Ja, total lieb. Musik Musik Musik